Was machst du? Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier bei Delga 4. Das ist mein zweiter Versuch, diese Aufnahme zu machen. Dritter. Mein dritter. Bei den anderen warst du das? Ja, also, letzte Runde hat ja eigentlich Karmas eine Lehre kassiert von mir, deswegen... Ja. War wirklich zu lange. Okay, also, heute mit dem Iserlohn-Jungen, Akaleon. Wir spielen heute Overwatch, falls ihr davon mehr haben wollt, dann schlackt ihr euch in die Karte. Ja, zum Glück saß gerade mal eine zweite Aufnahme, weil ich nicht 15 Minuten brauche. Deswegen hat er mir jetzt ein paar Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Und die Leute hören sich von, wenn sie auf seinen Kanal gehen und seine Sicht spielen wollen und sich dann denken. Ja, okay, ja, mir auch egal. Ja, Leute. Ja, Leute. Soll ich einen Abonnenten machen, oder? Ja, ich bin auch in Eile, deswegen... Deswegen ist es gerade nicht so eine gute Situation, deswegen kann ich das nicht so gut erklären. Der Leon soll das machen. Ja, also, erstens hat er unfaire Glitchers benutzt, dann habe ich ihm Karma gegeben. Davor habe ich nicht auf die Minutenzahl geachtet, dann waren es 16 Minuten. Und dann war es... Und seine Aufnahme habe ich fast 10 Sekunden früher gesagt, weil ich möchte doch ihm kein Karma geben. Aber er hat sich selbst dann ins Gesicht geschlagen, weil Karma ist eine Ehre. Und dann hat er einfach 16... 15 Minuten und 7 Sekunden gehabt. Weil ich... trauriges Thema. Äh, Leon soll es euch erklären dann, wenn ihr es erklären wollt. Ihr könnt auch beisammen wieder einfach die Sachen nachschauen. Ja, könnt ihr auch Odelega-Skummer haben. Also, lass bei ihm. Und bei mir ein kostenloser. Aber leider, ich frag mich, wie ihr bei Odelega die Videos hören könnt. Sein Mikrofon ist auf 1% laufstärkend. Äh, in meinen Aufnahmen hat man... Ja, in meinen Aufnahmen hat man nicht fast ganz leise bloß. Ding, Leute. Tut mir leid. Okay. Jetzt ist es aber wieder normal. Okay, das ist halt Overwatch. Wir sind halt Charaktere, wir müssen Punkt zu Punkt. Und die Reinhard, wir müssen nun... Du müsstest, Leute, ich kann Odelega die Aufnahmen. Aber ich mach' gerade gar keiner selber, weil... Ich hab' jetzt zwei Aufnahmen gemacht von Overwatch. So, obwohl ich gezwungen wurde, könnt ihr euch meine beiden Videos aufschauen. Odelega, erste Eingewerbung machen. Und dann werdet ihr sehen, was mit Odelega's Ehre... Odelega's Ehre am Ende passiert. Für die, die meine Videos noch nicht geschaut haben, wissen, was mit Odelega gemeint. Gut, das ist ja auch schwer. Ich kann echt nicht gegen so... Okay, wenn so weit ist, bitte. Ich hab's dir gesagt. Du hast zu lange deine Endmoderation gemacht. Ich hab' dir erst 30 Sekunden von mir... Wegen eine Minute vor, Leute! E-S-I-W-E-N Ja, Leute, ich mach glaube ich keine Aufnahme, also wundert euch nicht. Ich kann eh kein Karma kassieren. Und Olga 4 schon. Äh, und wie heute wird denn noch ein Video kommen, zu Walk of Ages 2? Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, aber da wird es dann um das Kriegsspiel gehen. So circa 20 bis 22 Uhr wird das dann hochgeladen werden. So soll ich euch doch mal was erzählen? Und der hat aus Versehen so eine Aufnahme für morgen einfach schon hochgeladen. Uuuuh! Ja, deswegen muss ich neu machen und bin in Eile. Mh, der Schnoll doch hier morgens. Geil. Hiyo! Ich bin ein Gerngeen. ich will nicht draußen bleiben und Elga schau mal und Elga hast du das gesehen? weißt du ich mag? Reinhard du bist so hässlich, geh immer weg ich bringe dich lustig Anaktionsfunktion aktiviert Mercer alles aber hoho ich bitte nicht, Homoshochschwollet egal ja und dann hat man wieder in seiner eigenen Aufnahme seine Hex benutzt das ist normal in diesem Modus der Erschaffer quasi also quasi Erschaffer davon kann das wir machen das erste und zweite Aufnahme, bist du dumm? ja ich hab's aus Versehen verwendet ja später werde ich ein eigenes Video wir wissen ja eh nichts ich glaube ich werde später alleine rein über das Runner spielen wenn ich euch das mal zeigen kann oder dass Elga eigentlich das Spoilert wir wissen eh nichts was wir machen weil wir haben es noch nicht gesagt bei mir, erst bei dir, wenn sie bei dir vorbeischauen aber sie konnten sowieso sowieso vorbei so zusammenkauern für was das da in seiner eigenen Weg gestanden obwohl ich glaube ich mach's heute dann ne 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 ich glaub heute vielleicht sogar 3 Videos hoch ich will sehr aktiv sein auf YouTube oder mir gehen und dann oder das los am Anfang so viele Videos zu bringen ist nicht so schlau wenn man sie erst nachdem man halt eben die Hauptzuschauer hat die zu bringen ja Ich mach mir gerne viel Arbeit Das mag ich Nein oder das ist nur Klickgeil Das ist für Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick geil Ich mag es halt nur quasi Aufnahmen zu machen und quasi so erklären und so Sowas finde ich halt ein schönes Gefühl Ich hab bei den neunten Videos parat die ich raushauen könnte Und dann so um 0 Uhr hier neun Videos die ihr schauen könnt anstatt mit eurer Familie was zu machen Ja um 0 Uhr ist mein Geburtstag Also Odega sagt die ganze Zeit heute obwohl Ja okay es ist sogar heute negeist 0 Uhr 4 ist der 31. Ich hab Geburtstag Ja okay ich hab am ersten Und selbst wenn es noch gestern wäre quasi Kommt es jetzt heute raus Ich hätte dann trotzdem heute gesagt weil es heute raus kommt So um 23 Uhr gestern negeau Vor 40 Minuten gestern negeau Oh Machen die die küssen sich Warte ich möchte mal Ich möchte mal bitte schreien Kommt Ich weiß Gengi dann vor Ja okay Gengi ist eigentlich ihr Freund deswegen gönn ich Gengi Komm Gengi soll so ganz lange Ja Ah du eh Lass hör mich Ja Odega hätte auch Ich kann nichts gegen mich tun weil ich so gut bin Ja du musst wissen Odega hat halt aktiviert Nein da hab ich nicht Was krass? Ich mach sogar das Odega schaut sich oft nachts Porno Ja genau Ich muss reingehen jetzt und dann hätt ich gewonnen Soll ich euch mal ne kleine Realize-Story über Odega bringen? Also Unangenehm Ich glaub ich bring ihn lieber auf meinem Kanal und da kann er eins mitgeben Ja das ist einfach die allerbeste Freundschaftsgeschichte Der erste Freund ist Oh mein Gott Fand ich eins verurscht Soll ich die Geschichte bringen auf meinem Kanal Odega? Mach doch Meinst du das wo ich Mit diesen Willst du die lange, diese spannende oder diese andere kurze quasi? Kann ich die Geschichte von Kennenlernen Kennenlernen Geng Leute ich spoiler noch nix Kommt Odega aber Spoiler dann will ich den 3 doch passen Mach doch Es soll er uns verlamm Cool Liebe-Story Digga Hitz dich in deinen Knienkleiner Und die ist echt peinlich Nein wir sind einfach nur Freunde da geworden Ah mercy die geile Weißt du wie lange schon die Aufnahme geht? Komm bitte sag wieder diese über 15 Minuten Ich wurde umgebracht Danke Game Komm sag mal die Aufnahme ist über 15 Minuten Das würde mir ein Lächeln bringen Ok Leute ich glaube das reicht für den ersten Einblick Dann würde ich sagen Ciao Und habt einen guten Tag heute noch Und habt schönes Silvester Leute Und dann Ciao Ciao